Klangkraft. Was Klangkraft so besonders macht. Wir sind alle so ein bisschen verrückt. Es ist etwas Einzigartiges. Das ist so ein bisschen außer der Reihe. Wir sind eine tolle Truppe, haben viel Spaß zusammen und uns verbindet mehr als nur die Musik. Sind die motivierten, musikbegeisterten Leute. Total gemischter, bunter Haufen von liebenswerten Menschen ist, die alle musikverrückt sind. Ich glaube nicht, dass man so eine Truppe noch mal irgendwo finden würde, dass es das gibt. Das hört man schon am Namen, Klangkraft. Ich finde, wir spielen immer mit einem außergewöhnlich schönen Klang. Bisher habe ich nur klassische Musik gespielt. Jedes Konzert ist anders. Jedes Konzert macht auf eine andere Art und Weise Spaß. Von Swing über Klassik bis hin zu Schlager manchmal können wir wirklich alles spielen. Das interessiert mich dafür. Und wir probieren alles aus, egal wie schwierig das auch sein mag. Und es wird nie langweilig. Und das ist das ganz Besondere. Jung und alt, alle zusammen. Man darf älter werden in dem Orchester. Das hat sich über die Jahre hindurch sowas bewahrt, sowas Einständiges. Weil alle Generationen vertreten sind und man super mit allen Wörtern auskommt. Gibt es viele Schauspielereien oder immer Filme dazu und finde ich ganz schön. Hat was Tolles, dass man da die Liebe zur Musik spürt. Musik zu spielen und zu erleben und es macht unglaublich viel Spaß. Gefühlt sich immer wieder steigern konnte. Es gibt immer was zu lachen. Und auch so, dass alle Spuster noch hatten. Und musikalisch, naja, sowieso auch allerbesten, oder? Genau. Ja, tolles Orchester. Das Besondere an Quangkraft, ähm, ja. Das ist, dass ich mich, seitdem ich hier bin, total wohlgefühlt habe. Wir sind eine sehr lustige Truppe. Wir mögen uns alle sehr gern. Das ist so ein bisschen wie mein Kind. Die Leute alle super lieb sind. Wir sind alle wie eine große Familie. Ja, ich bin gerne dabei. Ja, gehört absolut zu meinem Leben. Wenn du einmal dabei bist, kommst du aus den Nummern nie wieder aus. Und das macht ungeheuer viel Spaß. Das Beste an Klangkraft, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach Klangkraft. Das ist einfach Klangkraft.